Weil das ist irgendwie nicht so weiter So also jetzt auch mal von meiner Seite Servus Hier ist wieder Flav Heute mit nem Let's Play Together Und ich sollte dich so sagen du stellst dich selber vor du faule Sau Yo, Servus Leute ich bin Katisabo Was läuft Wir zocken heute Battlefield Play for free Oh mein Gott sind mir bescheuert Alter das sind alles nur Hackfressen Der macht den schwarzen Mann der passt mit dem Gesicht so gar nicht zusammen Ich weiß aber das brauche ich jetzt nicht Und ich nenn ihn ganz bescheuert Einfach Fallout Skies LP Ich heiße ja auch gar nicht so Was denn? Ich hab Katisabo eingegeben da steht Der Soldat existiert bereits Zolltigung Warte oben ist laden grad ziemlich lang Ah ich hab gar nicht geladen Ah 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 Hahahaha Instelliert Firefox hat diese Webseite bei escape file paper Veränder gerichtet Ich hoffe ihr habt ihr auf ihren Computer installiert werden soll Was war das hier? Bist du grad Ja Vorgelesen oder eher vorgespult Von mir lehrt das auch gerade solange Das ist ja kras Alter was geht jetzt ab? Ey, du musst Firefox neu starten, jetzt. Download the Battlefield Play for Free Extension and save the file on your Desktop. In Google Chrome, go to your Extension Page. Fuck you, babe. Wenn du es neu startet, dann wird doch, ähm, die Aufnahmen abgebrochen, oder nicht? Den PC neu starten musst du, oder was? Nein, ähm, Firefox. Nö, wird gar nichts abgebrochen. Dann sieht man halt unser Desktop. Jetzt muss ich nur schon, jetzt muss ich jetzt, ja, super. Warte mal. Äh, jetzt bin ich wieder auf der Web, ja, nee, boah. Der muss ich neu starten. Den, den Desktop, oder ne PC? Nein, Firefox. Äh, nur einfach nur neu starten, ist ja, du spielst mit Firefox, was bist denn du für einer? Einer, der es drauf hat. So, alter, jetzt. Ja, ruhig, Mann. So, jetzt muss ich hier etwas machen. So, jetzt öffne ich die Chronik, oder sieht man erstmal tausend Pornos? Oh mein Gott, der hat Pornos! Er ist individuell, ich schnapp dich! Von mir sieht man gerade nur die Hälfte meines PCs, das heißt, ich werde jetzt hier erstmal, so, hier so reinschieben, damit ihr das alle draußen auch seht. Downloads, oh mein Gott, Pornos, äh, ne. So, wo ist es, die Datei, die ich gerade runtergeladen hat? So, muss ich hier anmelden. Ich habe mich angemeldet wieder und wie kann ich jetzt zocken? Das weiß ich auch noch nicht genau. Ey, das ist super. So, hier, das hier auf, was ist denn das von der Datei, ey? Fick die, Luzi. Ah, jetzt spielen, wie wäre es damit? Ja, ja, ich muss es irgendwie neu hereinziehen. Ja, Battlefield Play for Free zufügen, ja, will ich. Du hast keine Administrator-Rechte. Alter, das ist der einzige Account auf diesem scheiß PC. Hey, wie, ist das nicht, ist das der einzige Account auf dem PC? Soll ich da keine Administrator-Rechte haben? Ich kann das gar nicht installieren bei mir. So, ich glaube, das war jetzt ein Fail hoch 9. Ja, Administrator-Rechte, die für die Institution benötigt werden. Bitte melde dich als Administrator an, ja, wie denn, du kleine Hure. Das zockt man nicht. Ist mir gerade egal, Alter. Weißt du, wie ich mir das, wie ich die Administrator-Rechte geben kann? Nö. Doch, weiß ich schon, aber ich ärgere dich. Wer sagt doch jetzt, Mann, sonst können wir nicht zocken. Ja, warte kurz, ich muss doch ganz, ganz sicher bei mir selber klarkommen, weil bei mir installiert er das Programm nicht. Nehm schon seit ungefähr 10 Minuten auf oder so. Ich weiß. Ein Pack, also, äh, weiter, warte, 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 warte. Warte, 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 äh, äh, falsch, hier, nein, den ging ich auch gar nicht. Ich dachte, total viel Scheiße. Oh, ist wieder daneben gedrückt. Jetzt hat. Komm ich da hin, Alter. Wohin? Meine Administrator-Rechte zu machen. Äh, Systemsteuerung? Ey, ich hab nur noch 8, kannst du mir das erklären? Äh, Systemsteuerung? Ja, also, was sag ich denn? Ah, ich hau, Leute, den Typen, wenn ich ihn das nächste Mal privat sehe und das passiert nicht selten, hau ich ihn. Ihr habt mein Wort darauf. Keine Systemsteuerung, ist jetzt nicht. Autotyp ändern oder was? Hinzufügen! Warum macht ihr bei mir da eine Suchmaschine auf? Alter, kannst du mir jetzt mal erklären, wie es geht? Da gehst du auf Benutzer? Und ich würde sagen, wir machen erstmal eine neue Aufnahme, wenn wir spielen. Ja, alles klar. Höh, 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 höh.